Also hab ich's gemacht. Hättest sein Gesicht sehen sollen. Echt lustig, Mann. Und was dann? Hat sie's getan? Dieser Kerl trägt eine Miene mit Annäherungszünder. Ich bin heiß! Was ist mit Jane? Er sieht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus und heute? Der echte Joker ist zurück. Gott sei Dank, Mann. Ich mein, wer bitteschön will Harley als Boss? Jetzt ist er uns. Die ist doch noch irre als er. Oh, Mr. Jay, bitte tu mir noch mehr weh. Okay, mein Schatz. Kümmer du dich doch schon mal um Batman, während ich meine tollkühle Flucht plade. Ihr solltet hoffen, dass sie das nicht gehört hat. Genug von dem Mist. Seht zu, dass sie... Oh, was ist das? Raus! Er hat irgendeine Art von Rauch benutzt. Er lässt euch Idioten wie Vollidioten dastehen. Das ist kein Job. Du kannst dich im Dunkeln so lange verstecken, wie du willst. Ich seh dich trotzdem. Da drauf ist er nicht. Wo ist er? Wer schreit da? Einer muss nachsehen. Was ist mit dir passiert? Wie bist du da aufgekommen? Hilfe! Schneid mich los! Wie macht er das? So wird das nichts, hörst du? Wir finden dich und legen dich um! Enttäuscht mich nicht, Jungs! Solltet ihr's doch tun! Muss ich euch aushalten lassen! Er hat die Wahrheit gesagt. Die Minen jagen uns nicht in die Luft. Ah, cool. Mini gelegt! Oh, du willst dich im Dunkeln verstecken. Viel Glück! Zeit! Ich passe hier auf! Ich hab mich schon wieder auf! Euer. Was? Zu mir! Ich hab ihn! Du glaubst, du kannst dich verstecken, ja? Ich hab ihn verloren! Hä? Alles okay, Jungs? Es ist nur Batman! Er hat in seinem Leben vermutlich noch nie einen umgebracht! Tja, aber wer weiß, vielleicht hat er ja vor, irgendjemand damit anzufangen! Du wirst mir nicht entwischen! Ich finde dich! Hörst du mich? Ich finde dich! Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten hier das Sagen! Ich kann's kaum erfahren, rauszufinden, welcher von euch Loser zuerst von Batman ausgeknipst ist. Weißt du wie? Peene, Peene, wuuuuh! Hehehehe! Wir grüßen, ich hab ihn! Lass! Tut mir nicht weh, bitte! Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts! Ich sag dir alles, was du wissen willst! War mir ein Vergnügen. Nun, das war eine schreckliche Entforschung, nicht wahr? Aber sehen wir's mal positiv. Mir geht das schon besser. Was ist mit euch? Protokoll 10 tritt in 20 Minuten in Kraft. Bis jetzt! Ich habe das eine Schreie, ich hab die Schreie. Was ist das? 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 B-Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Freeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Ich wage es ja nicht! Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh.